so drehen glaube ich leicht über roll werden wir dann bald kommen uns frontal entgegen ja direkt und nehmen ja lass mir die erst mal ausbluten befindigkeitsmäßig und dann ja ich frontal können wir die jetzt perfekt wegschießen aber ich will ehrlich gesagt einfach von oben drauf fallen und dann halt mich hinter die sofort was leckt jetzt im falschen moment ich falle drauf ich gehe mal auf den hintersten gegen ein paar weiter erst mal beide getroffen kann das sein ich gehe auf die zwei da probiere ich auch ich gehe mal auf die einzelne die höhere ich glaube aber das über die bleibt oben krass dreht der motor hoch ist es normal ja 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 wahnsinn ich gehe mal auf die höhere kannst du abfangen doch weil du weißt du wie es geht ja ich bin abschneiden was ist denn hier mit meiner konvergenz los sag mal jetzt aber ja ich bin hinter der höhere und schießt leicht ach es leckt immer im falschen moment ja da geht der motor schon aus ich komme dazu ich gehe jetzt rein ich bin an der einzelnen dran oder die jetzt alle beide einzeln der aktiv noch höre ich sehe dich bin hinter dir durch ja ah treffer 20er oh pilot kill oder nee nee pilot kill sorry oh fuck oh da war mein weg ich bin mal raus die sprang jetzt richtig krass aber mir auch ja ja katz hängt dran sehr viel katz kommst du klar vorweist so weit ja was macht der katz der fluss fahrt ziemlich durch wer kommt da noch 110 wir kommen nicht mehr raus ja ich glaube auch nicht der macht irgendwas komisches ich brech mal ab ich bin ja auch hallo oh fuck nein ich habe ja ich habe ja den flügel abgerissen zu fest gezogen ach ja ja ein bisschen aber eigentlich nach ganz entspannter situation aber das problem ist doch bekannt glaube ich ja mit der 110er gell ich bin zu selten ich sepp aber ganz entspannt äh kann es sein dass hier ein menschlicher dabei ist das manöver macht keine KI würde mich wundern ehrlich gesagt oh Absprung noch an der Höri dran ja ich okay die hat gerade ne das ist KI das ist auf jeden Fall KI okay okay ja okay stimmt also das macht kein Mensch aber ist ganz komisch ich habe das aber noch nie von der KI gesehen ah wie der Leck meldet mal ordentlich die Höhe bitte ah ok ich habe Sicht ah ok ich habe Sicht jetzt hat sie Öl ihr seid bei Deal ich gehe nochmal rein ne bei Mensen in der Bucht oh ok ja wohl da fiel was ab ich folge nochmal krass du musst vielleicht behandeln wie ein rohes Ei also ich habe nicht auf die Gefühl ich hätte gekauft ne ne bei den 110er musst du aufpassen die sind ja ja sind empfindlich geworden vor allem bei hoher Geschwindigkeit ist das so du warst doch glaube ich ziemlich schnell oder ich gehe rein ich kann es nicht sagen aber es hat ja noch nichts gerüttelt oder so also okay das ist jetzt irgendwo zwischen 400 bis 500 sowas vielleicht also ja wir fahre ich eher in die 500 aber raus pass auf die Flügel auftaucht oh ich sehe euch da oben wo der geht rein oder ich bin mir nicht sicher äh fängt da noch ab ne der schlägt auf ja denke ich auch ich bin jetzt hier noch zu entfernen aber vor hoho 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 3-4 km südlich der kalais habsicht ja habsicht habsicht ne warte doch drehen über Lisa jetzt ja ich hab sicht ja du wie quatsch du quatsch dann weiter ja habsicht habsicht ne habsicht hat schon geflössert wasser wenn ich mittlerweile richtig sehe ja ja ich hab wasser Ja, dann warte ich mal auf euch so lange und dann kommt ihr mal gerade in die Position. Ja, ich werde frontal reingehen in weniger als eine halbe Minute vielleicht. Ja, ich habe jetzt Aussichten. Okay, dann stütze ich auch mal von oben drauf. Ich sehe dich, jawohl. Die Führungsbomber geht raus, gut gemacht. Zug aber richtig gerade ein bei mir. Alle brechen aus, Vorsicht. Da der Direktmotor eins erwischt. Angriff Ampulle. Ich häng mich nochmal dran mit meiner letzten Energie, die Motoren fallen, die hat das richtige eingeflangen. Da fehlt noch einer raus, sehr schön. Ich geh doch mal von der Seite rein. Küsst der aus. Küsst der Miene. Motor setzt aus. Geh ab. Verstanden, Gott, viel Glück. Ich ziehe mal aus der Entfernung auf den rechten. Leider fallen meine Motoren beide sogar aus. Oh mein Gott, ich bin so schlecht, ey. Ach, jetzt. Ah, der Glück. Wofür sind nur noch zwei richtig Fluchtaufsächer. Weit weg. Ich greife wieder an. Warte mal, ich muss eine gescheite Position, wenn sie kriegen. Egal, Harakiri. Komm von hinten nochmal ran. Ich geh auf den linken. Okay, ich am rechten von oben. Oh, die Schießt darf nicht. Oh, hier geht auch ein bisschen was an Flak unter denen. Verließen wir aber. Oh, das war schön knapp. Einer ist noch übrig, der andere geht ab. Ja, aber ich werde direkt nochmal angreifen. Torwald, kommst du mit? Ja. Oder fliegt nur einer nach Süden? Volk hat noch einen, genau. Volk hat einen nach Süden. Aber ich werde dann auch gleich landen gehen. Im Anflug. Siehst du mich, Torwald? Nein. Schlecht. Aber ich brauche noch ein bisschen. Gut. Jetzt ziehe ich nicht. Gott, den ist die schon gegangen, das geht doch. Schlecht extremst. Oh, springt ab. Na, Rido. Sieht noch jemand was irgendwo hier? Ja, nur einer, der mehr oder weniger auch genauso verkrüppelt wie ich hier auf Südkurs ist. Hallo. 30, aber der geht runter auf Mittelschiff. Mit verklebten Federn. Ja. Jawoll. Triple A's. Sind das Hurricanes da zu dritt oder Fiat G50er? Da fliegen über die drei Schwestern. Dreier Formation, ca. Hallo 20. Ich habe die Position auch G50er unterwegs, ja mal. Bei der Küste habe ich noch was. Ja, das ist ein G50er. Ja, da, ja genau. Sieht mal am Flügel. Sieht mal am Flügel. Ja, aber das ist vor der Küste sehe ich auch. Weiß nicht was das ist. Fliegt auf dem Zug. Komm, gucken wir uns mal an. Äh, zweit mal. Ich sehe bei, ein bisschen westlich, äh, östlich von Old Plage, sehe ich noch ein Bomberzeichen. 111er sollten da jetzt reinkommen, auf 6.000 irgendwie. User left your channel. Äh, vor der Küste ist es eine Staffel 109er. Äh, ein Schwarm. Ja, ich sehe zwischen, ne, das ist bei Calais Stadt, würde ich sagen, auf 20 oder sowas. Da sehe ich einen Einzelkontakt. Der könnte eben, ja, veraltet von deiner Position sein. Wie viele 109er sind da, fünf Stück? Äh, positiv. Greifst du den gerade an, Torwald? Ja, das ist eine Wellington. Einzelne Wellington nochmal. Über Stadtgebiet Calais, auf der Ostseite von Calais. Hallo 10. Stark sinken die Flak decks ein. 109er greifen schon an. Die TWCler haben auf Wittfeuer umgestellt, vier Stück. Oha, na, die wollen es wissen, gell? Die haben gesehen, dass da Wehrlose 110er in der Luft sind, wahrscheinlich. Komm eigentlich Wehrlose. Ich bedenke, was wird gegeben nochmal. Wir holen Angriff, wir sind gleich über Calais Mark, aber das, äh, über, ähm, ah, wie heißt denn der Platz hier? Ach, Kokell. Oh man, da fehlen die Damen schon. Ich hab sichthaft nicht, ja. Aber, der Bomber ist fast Geschichte. Ah, ich seh ihn, ja. Na, er hält sich doch tapfer, aber... Ah, ich schütz mal von oben nochmal rein. Ich warte dann nochmal, lass dich erstmal durchgehen. Hängt da wie ein Drachen. Seh dich kommen? Bin durch. Jawohl, in Sicht. Ach so, ich hab mir am besten immer Key runtergegangen, gell? Ja, für die Punkte. Mhm. Ja, hab mir dran gedacht. Ah, jetzt kann man jetzt nochmal laufen. Machst du grad Formationsflug? Ja, der hat, der schießt ja, der hat mal, hab die Klappen mal ausgefahren, aber, das war zu viel. Ach, ich komm nochmal rein von hinten. Ja, mach mal, danach steige ich hoch. Ich geh erstmal seitlich links hoch, dann zieh bitte rechts weg, wenn du kannst. Oh, yes. Dem hast du richtig schöne Löcher reingerissen gerade. Boah, ist der lahm, ey. Machst du eine Kollision? Ja, ja. Echt? Das hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, ja. Guck, ich hab nur deine Einschläge gesehen. Ja, und dann bin ich selber eingeschlagen. Der fliegt ja immer noch. Hey, der Motor bist markiert, ich weiß es nicht. Na, ich geh mal auch landen und mal gucken. Aufmationieren. Flugzeug verlassen irgendwie, klick, doppelklick, geht hier nicht irgendwie. Ganz merkwürdig. Achso, ja, genau, das hatten wir letzte Woche schon, gell? Ich muss ja mal mein Packier noch besser einstellen. Ich hab's doch unterschiedliche Biele auch gemacht. Für Bosse und Cliffs? Ja, ja. Ja, hab ich auch. Passt mir nicht so hundertprozentig. Ja, Cliffs passen mir natürlich super, aber Bosse passen mir einfach noch nicht. Oh, fuck, was war ich denn jetzt? Jetzt geh ich hier vor den Platzgrund, solche Dios. Oh, oh, das wird nicht gut, was ich hier gemacht hab. Oh, keine Munition mehr, das darf doch nicht sein. Der fliegt immer noch. Aber wie der fliegt, das kann man mit so einer... Wo bist du denn über den Wald von Legit? Ja. Oh, ich seh dich, du bist aber in der Nähe an der Wellingstradikate runtergehen. Ja, ja, ich begleite ihn noch ein Stück. Ja, runtergehen tut's ja noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Nicht mehr viel, aber wenn noch mal jemand aufsteigen könnte, ich halt einfach mal Fühlung. Der verliert doch konstant Höhe, wie er sich richtig dreht. Nee, tut er nicht. Ja. Der Bordschützer ist tot, wa? Ja, ja, der schießt gar nichts mehr. Oh, hier kommt schon, was ist denn, so 109 höre ich doch hier, oder? Der fliegt nur Ausweichbewegungen, hab ich ja noch nie gesehen. Ja, ja, und ganz komisch auch. Ja, wer weiß, wie der eingestellt ist. Der hat nur noch ein rechtes Höhenruder. Richtig krass, und ein linkes Querruder. Ich starte noch mal in Marquis, aber diesmal tatsächlich wieder in der 109. Die Flächen und der Rumpf sind dermaßen zerlöchert. Ich komm ran, ich komm ran. Ja, ja. Ah, ich seh dich. Du kannst hinter dem Parken, da passiert nix. Aber scheinbar hat jetzt irgendwas sich geändert bei ihm. Ich glaub, er geht jetzt runter, jetzt hat er nicht mehr genügend Auftrieb. Ich hab die gesamte linke Seite zerfetzt. Äh, ich starte grad. Ja, er geht runter. Ich brauch meine letzten 20er. Was war denn das jetzt? Du bist tot. Das ist ja wohl zum Kotzen, was da, warum das? Ging sie grad runter, die... Ja, ich hab doch glatte 0,08 noch bekommen. Naja, bei der langen Lippe. Ich glaub, der gestorben bist. Ja, gibt's da zwei Minuten, ähm... Na, fünf Minuten oder was, keine Ahnung. Zwei Minuten und dreißig beim ersten Mal oder sowas, keine Ahnung. Äh, willst du ne N nehmen? Ja. Dann nimm mal ne B. Dann scheinen die N aufgebraucht zu sein. Hast du noch eine bekommen? Äh, ja, Cat. Ich bin halt gelandet. Ich seh bloß, dass bei ihm die Tragflächen abgefallen sind. Fuck. So, jetzt hab ich's geschafft, dich zu verlieren, Torwald. Ah, es fliegt grad flach über dem Plan. Oh, na, es fliegt grad flach was schön drüber. Ah, ja. Ich kann die Nummer nicht aufschreiben. Ja. Ich fau mal nach. Und das rühmt sich Vogel zu sein. Höchst vogelfrei. Ja. Keine Ahnung. Das Ende kommt von selbst. Ja, du kannst irgendwie nicht auf die Flagge klicken, sondern wie ging das dann? Also es war bisher...